hallo leute und willkommen hier bei me apple cat und bei einem kleinen retro klemmbaustein bau retro für mich in dem fall nur denn das hier ist das allererstes set das ich mir damals habe aus china liefern lassen und was vom zoll direkt beschlagnahmt wurde also ist schon eine ganze weile her meine allererste bestellung die ist damals total in die hose gegangen aber mittlerweile gibt es ja andere wege das zu beziehen ich hatte hier ja das glück sagen wir mal das ganze hier in einem sonderverkauf zu finden für gerade mal 19 euro und ihr wisst natürlich vom titel schon was wir bauen hier steckt der x-ring von poe dameron drin und sieht man schon an der farbe hier orange schwarz grau jawohl ich kipp das ganze mal aus und da haben wir unsere tütchen und eine sorgfältig hier ist die überklebt ja sorgfältig tatsächlich sorgfältig überklebte anleitung also hier wurde pappendeckel auf die vorder- und die rückseite gemacht denn hier oben würde stehen menschens kinder das ist wirklich gut verklebt hier würde stehen leppin denn das hier ist noch ein leppin set die gibt es ja eigentlich nicht mehr aber die sets hier gibt es dennoch immer noch zu kaufen auch von ich sag mal drittanbietern ich verlinke euch das alles hier unten wenn ich was finde schaut in die video beschreibung dort könnt ihr das kaufen natürlich auch das original set gibt es bei amazon schlägt dort ich habe eben mal nachgeschaut so mit 99 euro zu buche wer das natürlich gerne bauen will kann das auch tun und wir sehen hier schon die tüten ja die haben keine nummerierungen was ja nicht weiter tragisch ist denn es sind ja nur 700 und ein paar zerquetschte teile wenn ich das richtig im kopf habe das war schon mal die falsche seite und dann schauen wir mal kurz hier in die anleitung rein auch hier ist schon wieder was überklebt worden also und auch hier natürlich die minifiguren das ist ja eine ganz heiße schose hier bei lego minifiguren darf ja keiner mehr dabei haben und ob die hier wirklich entfernt wurden jetzt muss ich mal kurz schauen und ja es sieht wirklich so aus keine minifiguren bei dem set okay da ich damit nicht spielen will und genug figuren habe da hinten ist noch eine ganze flotte drin ist das für mich kein problem also wir schauen mal was wir hier so finden wir sehen natürlich tüte nummer eins das ist nummeriert hier haben wir keine nummerierung das wird weg sortiert wir haben ja einen kleinen sticker bogen mit ein paar aufklebern die wir dann noch aufbringen müssen und ansonsten ist das hier einfach nur die lego anleitung alles ein bisschen verkleinert und komprimiert auf die seiten gequetscht damit insgesamt nicht so viele seiten dann hier zusammen kommen sieht von der druckqualität aber alles sehr gut aus also ich denke hiermit lässt es sich wunderbar bauen und dann schauen wir mal wir landen da haben sie schon wieder was überklebt da war bestimmt auch eine minifigur zu sehen wir haben insgesamt 43 seiten so also durchaus skurrile anleitung egal wir legen mal los ich habe hier schon meine tellerchen und becherchen stehen ich werde das ganze jetzt mal ein bisschen sortieren und verteilen und dann auf meinem kleinen bau tisch ich hoffe der reicht mir aus das wird ein bisschen eng mit sicherheit baue ich das ganze jetzt mal zusammen und zwar in vorbereitung auf den neuen star wars film denn ich baue das hier gerade was haben wir denn heute am 27 oktober ein toll verregneter sonntag und allzu lang ist es jetzt nämlich nicht mehr bis der neue star wars film startet und dann dachte ich mir ja wäre das doch die passende gelegenheit hier meine kleine star wars flotte ein wenig zu erweitern ja der falke hier der tie fighter und dann fehlt natürlich noch ein kleiner x-wing wobei einen großen x-wing den habe ich ja schon der steht hier oben das ucs modell ein super set habe ich auch bereits gebaut könnt ihr euch gerne mal in meiner playlist anschauen lego leppin und co ja und hier haben wir auch noch ein paar kollegen und dann noch acht überall ich habe ja überall star wars stehen es ja wahnsinn also dann bauen wir jetzt hier noch mal weiter und machen mal den ordentlich orangenen x-wing vom poe dameron fertig sehr schön ich freue mich so sieht hier der aktuelle stand aus freunde ich bin hier auf seite 7 der anleitung und wenn ich jetzt hier mal umblättere sieht man ja dass ich die tüte 1 wenn es das original lego set wäre verbaut hätte und hier wird es dann mit tüte 2 weitergehen ich denke wir schauen mal drüber als allererstes haben wir hier dieses kleine schwebegefährt gebaut ist wohl sowas wie so ein kleiner wartungsgleiter man sieht schon der hat hier vorne ein paar antennen hier kann man die minifigur einsetzen lichtchen vorne lichtchen hinten unten diese transparenten gleiter unten drunter dass er dann auch schön beim spielen hier über den tisch rutschen kann ein schraubenschlüssel haben wir verbaut und dann die hinten noch so eine box mit dem schraubenschlüssel dran die man ganz leicht abnehmen kann denn die ist nur auf so einer jumper plate hier befestigt die kann man dann aufstecken und ja dann direkt hier zum frisch gelandeten x-wing fliegen und hier können wir noch mal die klappe von der box gar nicht so leicht einhändig öffnen und wir haben noch was drin liegen und zwar da sind sie ja vier transparente rote einer rund noch was auch immer das genau darstellen soll auf jeden fall die kommen da hinten in die box rein klappe zu dann hätten wir noch mal als nächstes hier diese kleinen leiter gebaut die wird dann später an den x-wing herangestellt damit der pilot an dort ein und aussteigen kann okay soweit und das wäre dann unser aktueller baufortschritt von pro dem rennes x-wing was ich sagen kann das ist schon ja ein massives teil also massiv gebaut es soll ja auch ein spielzeit eigentlich sein da muss es auch bisschen was aushalten können hinterher man kann schon leicht erkennen dass hier wird der vordere bereich werden hier kommen dann die flügel später mal dran also einmal hier auf der seite einmal hier auf der seite natürlich kann man die dann auch zusammenstellen und auseinander drehen noch mal also angriffsposition und normale flug und landeposition deswegen haben wir hier auch ein ganz bisschen technik verbaut also hier eine achse mit einem zahnrad in der mitte und hier dieser konstruktion dann wo später wohl die flügel dran gehängt werden ansonsten gibt es da noch gar nicht so viel zu erzählen hier auf der rückseite haben wir auch noch ein zahnrädchen dran ich glaube das ist aber nur eine kosmetische sache ich glaube noch nicht dass da irgendwie wirklich naja wir sehen ja später wie es dann wird auf jeden fall so sieht es aus recht bunt auf jeden fall wir haben hier schwarz grau beige orange weiß und blau ist auch noch dabei aber blau das ist hier irgendwo mittendrin das wird wieder überbaut da kann man so ein bisschen blau schimmern sehen also blau ist auch noch mit dabei sehr sehr bunte geschichte mal wieder und dann geht es jetzt auch gleich weiter wir sehen hier wird die nase jetzt noch ein bisschen weiter gebaut vom x-wing schauen wir mal wie er wird übrigens hier teilequalität alles gut soweit wunderbar gute qualität die vom drittanbieter geliefert wird damit lässt sich wunderbar bauen macht spaß weiter geht's ja da kann man schon erkennen was es werden soll oder leute schaut mal her er hat ordentlich schon an länge gewonnen hier unser x-wing die spitze ist dran die zulaufende form wurde hier schon gebaut dass er sich nach vorne etwas verjüngt wobei die spitze dann gutes stückchen breiter noch mal wird ich weiß gar nicht ob das im original auch so war dann haben wir da hinten ein bisschen breiter das cockpit haben wir gebaut also hier ist jetzt schon einiges passiert und auch bunt gemischt schwarz orange hellgrau dunkelgrau von allem etwas dabei wir werfen mal einen blick hier in das cockpit rein und da könnt ihr sehen wir haben dort ja einen beklebten stein einmal zweier fliese mit so einer zielvorrichtung hier unten haben wir noch mal einen kleinen joystick drin und hier dann noch mal den sitz für den piloten der ja bei mir hier im set nicht mitgeliefert wird denn minifiguren ist ja eine heiße geschichte wenn sie nicht original von lego kommen ansonsten sieht man schon wie das hier vorne gebaut wurde aber ganz interessant das wollte ich euch unbedingt noch zeigen ist hier der bereich wie der hier gebaut wird wie die schräge gebaut wird ich versuche mal eben hier ob ich die spitze noch mal runter bekomme so dann kann man es vielleicht etwas besser kennen also das hier ist die spitze da kommt eine achse raus und die achse wird einmal hier vorne eingeschoben und dann wird die ganze schose dann ein bisschen hier an der einen noppe befestigt und das war es aber noch interessanter wird es hier da haben sie echt eine coole bautechnik angewendet ganz anders als bei dem ucs modell über nicht ganz anders aber teilweise anders und zwar ich zeige es euch mal man baut hier dieses konstrukt also achse achse mit so ein paar verbindern dazwischen kann man das noch sehen ja hier kann man den bereich noch sehen in der mitte mit den blauen pins und das wird dann hier herangesteckt an das teil wird dann überbaut und dann baut man hier quasi den rahmen mit eins und zwei gelenken das ist dann ja hier der bereich und der wird dann erstmal schön fertig gebaut das dauert ein momentchen und dann sieht die ganze geschichte so aus und wird hier über die achse drüber gesteckt also richtig interessant das wird hier einfach drüber gesteckt und dann gehen hier die gelenke einmal rum und werden dort fest mit den noppen fest gesteckt und dann hat man eben diese leicht zulaufende form und das ganze sehr sehr robust und super stabil gebaut also schöne sache haben sie sich echt nett ausgedacht und schaut mal her achtet man hier auf den flügel auf die flügel partie wenn ich jetzt hier oben drehe dann ja dann rotiert da schon was und dreht sich etwas denn wir haben hier noch so ein kleines zahnrädchen mit so einer achse reingebaut das auf das andere zahnrad drauf greift und da wird dann später unser mechanismus draus werden mit dem wir die flügel verstellen können ansonsten ist er hinten einfach nur ein bisschen dicker gebaut worden alles immer noch ja hier super robust also da braucht man keine sorge haben egal wie man das ding anpackt dass da irgendwie was abfällt also lässt sich bis dato immer noch wunderbar bauen und ich baue dann auch mal direkt weiter eine sache ist auch noch ganz cool aber das sehen wir nachher noch genauer hier hinten die cockpit kanzel die ist bedruckt unglaublich bei dem ucs modell sollte man da immer noch so einen blöden aufkleber drauf machen das war tierisch in die hose gegangen könnt ihr gerne mal in meinem video euch noch mal anschauen aber hier ist das cockpit bedruckt toll also wir bauen dann direkt mal weiter denn so ein bisschen was fehlt ja noch und vor allem ich muss die spitze jetzt hier noch mal dran friemeln ja mensch da steht er nun auf seinen eigenen füßen wir haben also das lande fahrwerk oder wie denkt man das das lande die landestützen die füße vom x-wing gott ich rede mich um kopf und kragen also ihr wisst schon das ding steht jetzt hier richtig und sitzt nicht nur auf dem eigentlichen unterboden auf wir haben hier so ein fahrwerk was ganz cool ist denn ich denke man kann das ganze dann auch hier versenken also moment wenn ich das hier ein bisschen nach vorne stelle dann kann ich das hier ein bisschen versenken und hier hinten sind einfach nur solche dreiecks steine auf denen er dann drauf steht so jetzt muss ich es aber wieder ausfahren unser kleines fahrwerk das geht echt gut hier mit den gelenken ist so dann habe ich ja hier ganz groß gelobt das cockpit denn wir haben ja bedruckte teile oder ein bedrucktes cockpit teil in transparent das ist schon mal sehr gut dass da kein aufkleber drauf ist was weniger sehr gut ist ist ja klar es ist lego china qualität also kein lego aber klemmbaustein china qualität das heißt verkratzt verschrammelt vermackt wie wir das kennen aber naja wer damit leben kann freut sich einfach dass man hier ein schönes bedrucktes teil bekommen hat was weniger schön ist ist einmal dass ich da ist das fahrwerk zusammengestürzt was weniger schön ist ist dass ja ich kann es nicht vollständig schließen also ihr seht schon wenn ich das hier runter drücke dann kommt das cockpit immer wieder hoch vielleicht wird hier später noch irgendwas angebaut dass das dann ein bisschen besser hier zusammen geklemmt wird aber nach dem aktuellen stand also steht das cockpit immer ein bisschen offen das ist natürlich sehr schade die befestigung ganz simpel hier wird das ding einfach eingeklemmt und gut ist was auch nicht ganz so schön ist hier bei meinem modell ihr seht ich habe hier aufkleber aufgebracht und zwar diese runden teile hier und die sind nicht ganz sauber rund ausgestanzt das heißt die sind nicht mittig ausgestanzt hier die aufkleberchen da muss man schon ein bisschen genau hinschauen hier an dem linken sieht man es doch recht deutlich also da wieder ein kleiner qualitätsmangel auch die steinchen hier die schwarzen man sieht die sind stellenweise ein bisschen stumpf ein bisschen verkratzt aber so ist es eben so dann haben wir hier oben ein reichen angebracht dann lässt sich das hier später alles besser drehen und bedienen hier hinten haben wir schon mal ja angefangen für die flügel vorzuarbeiten also diese stäbe die werden dann später wenn die flügel hier herankommen denke ich mal hier einmal komplett durchgesteckt werden und dann haben wir hier die befestigungen das ganze natürlich auf beiden seiten da könnt ihr es sehen hinten ja haben wir ein bisschen verkleidet mit slopes mit fliesen sieht schön aus genau das gleiche gilt auch hier für die seiten da haben wir hier diese langen slopes dran gebaut hier kann man sehen wie die form dort aufgenommen wird und die sehen richtig schick aus dieses schwarz orange das hat schon was also lange slopes fließen hier unten haben wir solche ja wie so stud shooter sind das glaube ich ich glaube da kommen dann später noch so so stats als munition rein also wahrscheinlich irgendwie ja hier so diese kleinen roten wieder hinten und dann können die auch noch mal abgeschossen werden so jetzt muss ich kurz überlegen gibt es noch was ja interessantes was ich hier gebaut habe bisher ich glaube das waren so die wichtigsten sachen es hat natürlich seine kleinen china typischen schwächen aber nichtsdestotrotz macht das ganze sehr viel freude damit hätte ich auch wenn es lego wäre tüte nummer drei fertig gebaut mal ein kurzer überblick was ich alles hier noch an teilen so liegen habe es ist noch eine ganze menge auch da hinten der sticker bogen der ist noch nicht und noch nicht ansatzweise großartig aufgebraucht vier stück habe ich bisher erst verklebt also da geht noch was und ja dann geht es weiter hier mit tütchen nummer vier und ihr seht ja da wird wieder was abgeklebt also da war eine mini figur dabei und hier sieht man wahrscheinlich wie die minifigur zusammengebaut wird und oh gott sie haben vergessen bb-8 abzukleben wobei der ist keine echte minifigur aber der fehlt trotzdem auch den haben sie rausgenommen schade aber ich habe ihn doch da hinten ja also wenn es hart auf hart kommt hätte ich hier noch einen bb-8 den man dort einsetzen könnte hier bei seinem großen kollegen daher daran soll es nicht mangelnd freunde weiter geht's eine seite 24 bitteschön und da ist er fertig unser x-wing und mal ganz ehrlich er steht doch gut da ich finde er sieht echt nett aus ist natürlich ein spielset ganz klar nicht so viele details wie ein ucs hat aber dennoch eine ganz imposante gestalt schauen wir mal im detail drüber wir haben jetzt hier unseren gleiter auch komplett fertig hier sieht man noch dass hier von diesen shootern von diesen laser strahlen die hier in den ganzen shootern drin stecken noch zwei stück als ersatz hier angeklippt werden ansonsten habt ihr ihn ja schon gesehen mit der kleinen box der kann zur seite rüber ich habe mir auch noch mal hier einen kleinen bb-8 ausgeliehen vom großen bb-8 denn den können wir mal hier reinsetzen denn hier ist sein platz ja wenn ihr original lego kauft dann ist er natürlich auch hier mit dabei dann die kleine leiter hier am rand ihr seht passt genau da kann man hier schön hochklettern und ins cockpit rein hüpfen und ich nehme ihn jetzt mal hoch und zeige ihn euch mal etwas mehr im detail so sie da von vorne aus wir haben jetzt hier die ganzen flügel noch fertig gebaut auch da kamen noch ein paar aufkleber zum einsatz nämlich zum einen hier auf diesen schräg stein kam ein größerer aufkleber noch mit drauf dann haben wir hier auf dem flügel noch mal ein aufkleber hier diesen grau-orangenen einmal hier auf der fliese und dann noch hier auf diesem slope dieser orange streifen der dann auch hier fortgeführt wird auf den verschiedenen aufklebern ihr seht einmal rundum und die ließen sich gut verarbeiten sieht auch ganz ganz ordentlich aus man muss ein bisschen aufpassen dass das nicht so weit abseits hier von dem einen streifen zum anderen wird und dann sieht das ganze schon ganz gut aus genau das gleiche natürlich hier auf der zweiten seite die triebwerke die sehen auch nett aus hier wie die gelöst wurden an der seite hier haben wir den statue ne da kommen wir gleich zum mischi wir schießen gleich noch also hier triebwerk dann hier die flügel das hier ist der obere bereich hier sieht man dann die unteren noppen das gefällt mir jetzt nicht so gut dass man hier die ja die unterseite quasi von der platte dann hier oben sieht aber genauso ist es eben gedacht oberer flügel unterer flügel wenn wir mal drehen dann sehen wir jetzt hier auf der rückseite auch hier diese triebwerke die ganz cool sind hier in diesem typischen lila wie man es eben aus den filmen kennt sehr schön das ganze ist interessant befestigt übrigens und stört euch nicht an den gummis dazu erzähle ich gleich noch was also hier die befestigung ich gucke mal ob ich hier ein gut ab bekomme dann seht ihr so sind die einzelnen gebaut also die werden hier über eine achse drüber gesteckt hier hinten sieht man die achse hier haben wir so eine ganze rote kurzachse noch mal drin und dann ist das hier eine felge und so ein paar steinchen und keine ahnung mehr was das hier für ein teilchen war wird auf jeden fall so zusammen gesteckt und kommt dann am ende hier einfach rein und dann ist das hier ein paar rein so reingedrückt fertig das ganze vier mal hier hinten das ist nur deko völlig ohne funktion und ja dann sind dort hier noch diese gummis und so sehen die nicht aus die geliefert werden ich habe ein kleines gummi problem freunde entweder habe ich die beim auspacken übersehen und versehentlich weggeworfen oder es waren keine dabei eins von beiden was nun stimmt kann ich leider nicht nachvollziehen aber ich habe hier improvisiert mit den gummis die ich noch zu hause rumliegen hatte und ja die braucht man eben ohne diese gummis gehen die flügel hier direkt auseinander und hängen ganz locker und so werden sie zusammen gehalten und gehen nur in die x flügler also in die angriffsstellung wenn man hier oben an diesem rädchen dreht und ich zeige euch mal wie das ganze aussieht ich drehe einmal und wir gehen hier in die x flügelstellung rein und dann hält das ganze und den mechanismus den kennt ihr ja schon das ist hier unten das kleine teilchen das haben wir gesehen wie sich das dreht und das drückt dann eben hier die flügel auseinander so dass wir in die angriffsstellung kommen und dann kann das ganze losgehen und ja sieht auch echt cool aus und wenn wir schon in der angriffsstellung sind dann greifen wir doch mal an denn wir haben insgesamt sechs shooter hier dran hier diese federshooter von denen ihr wisst schon muss man einfach hinten drauf tippen dann fliegt das vorne hoffentlich raus haben wir an jedem flügel eine also 1 2 3 und 4 und dann haben wir noch diese stadt shooter hier an der seite und jetzt schauen wir mal ob die dinge auch wirklich schießen ich feiere mal nummer eins und jawohl der fliegt 2 fliegt auch 3 fliegt auch und 4 dann schauen wir noch mal hier den stadt shooter da drücke ich auch mal drauf und moment jetzt ist auch weg geflogen also ihr seht schon hier kann man einiges wegschießen und vor allem auch einiges suchen hinterher funktioniert echt einwandfrei so leer geschossen dann gehen wir auch wieder hier in die normale flugposition zurückfliegt und so sieht es aus also insgesamt ein echt schönes modell was ich sehr schade finde ist ja hier mein cockpit na ihr seht schon das hält nicht da ist irgendwie hier ja bei den steinen hier bei diesen schrägen da passt die toleranz nicht deswegen drücken die schrägen steine hier glaube ich das immer wieder ein bisschen hoch das ist sehr schade aber ansonsten ein echt schönes set doch übrigens hier oben sitzt da unser bb8 auf einer jumper plate einfach drauf gesteckt hält und los kann es gehen noch mal hier die unterseite und spektakulär da gibt es nicht allzu viel zu sagen und damit wären wir im prinzip auch schon durch freunde ich würde sagen das ist sehr sehr schöner x flügler von pro dem rennen in der schönen orangen schwarzen optik ein spiel z recht robust also da können die kids wirklich mitspielen und ob man es jetzt von lego kauft oder von einem dritthersteller geschmacks und geld sache würde ich sagen aber das modell an und für sich ist eine sehr schöne sache ihr findet die links zum kaufen hier unten in der video beschreibung einmal das originale lego set dann natürlich hier noch mit mini figur oder eben das hat ja aus china von drittherstellern ich schaue mal was ich da finden kann und verlinke euch das ebenfalls ich hoffe euch hat es gefallen freunde mir hat es spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten mal